Liebe Freunde und Gäste von Lürzer Ferien, herzlich willkommen bei uns in Obertauern. Wir dürfen euch heute mitteilen, was so in der letzten Zeit bei uns passiert ist und haben die freudige Nachricht, dass wir eigentlich die meisten oder fast alle Projekte bei uns jetzt fertig sind. Auch im Hotel Käsenspitze sind wir mit eurem Termin gerecht fertig geworden. Wir sind jetzt. Mit was bist du fertig geworden? Mit den Hotelzimmern. Achso, die Hotelzimmer sind neu geworden. Richtig, genau. Aufmerksame Besucher auf unserer Webseite wissen es, dass wir Hotelzimmer machen wollen. Okay, richtig. Fertig geworden und termingerecht werden wir am Montag in Betrieb gehen und die Wintersaison 2013-2014 starten. Ja, auch im Freudenhaus hat sich einiges getan. Wie ihr seht, im Hintergrund haben wir den neuen Bereich für unsere Accessoires. Das heißt, Schuhe, Gürteln, Taschen, also alles was halt so kleinere Geschichten noch sind. Und ja, auch unseren Outlet-Bereich haben wir neu gestaltet. Im Sportzentrum Obertauern ist es noch größer geworden. Noch mehr Ware, wirklich Top-Ware zu sensationellen Preisen. Und ja, dann haben wir noch unsere Edleisalm, die ist auch fertig geworden. Unser Bruder Gerhard ist noch am Werken oben und schaut, dass alles fertig ist, bevor der große Schnee kommt, weil, wie wir euch verkünden dürfen, hat es vor 15 Minuten gerade zu schneiden begonnen und der Wintersaison 2013-2014 steht somit eigentlich nicht mehr viel im Weg. Wir freuen uns schon, wenn es hier kommt und wünschen euch eine gute Anreise und bis bald. Musik 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 Oh, let's not go be what's the best to know, let's not go Oh, let's not go be what's the best to know